Also lieber Uwe, wir sind hier in Taufkirchen im Hofquartier und ihr habt hier so einen schönen Außenshowroom. Erzähl mir doch mal, was man hier so sehen kann. Ja, wir haben Pools, Naturpools zunächst mal und klassische Schwimmbäder, das was man sich so unter einem Pool im Garten vorstellt. Wir haben hier von kleinen Mini-Pools, von Kompakt-Pools, von Seaside-Pools, so nennen wir die. Die sind 2,10 x 3,70 bis hin zu Kategorie 5 x 10 haben wir hier alles am Start. Und das sind im Wesentlichen Fertigbecken, die von Riviera Pool, von uns hergestellt werden. Ein Familienbetrieb, inzwischen 52 Jahre alt oder jung, wie auch immer. Und wir sind in Norddeutschland beheimatet und produzieren ja schon so lange eben Fertigbecken aus Epoxy-Akryler Art, also ein Verbundwerkstoff. Es sind ein Stück Becken, die in einem Stück von der Form gezogen werden und damit auch relativ schnell eingebaut und installiert. Also wer in diesem Sommer noch schwimmen will, wir haben jetzt gerade Anfang Juli, der könnte das gerade noch hinkriegen. Also von daher sage ich jetzt schon mal vorab, schnell das Auto gepackt und hier rüber gefahren. Wie lang dauert das? Also wenn du sagst, diesen Sommer wird noch gehen, was muss ich rechnen? Vier Wochen? Also wir sagen immer, in der Theorie sind es drei Tage, bis so ein Becken eingebaut ist. De facto ist es so, wenn jetzt heute bestellt wird bei unserem Vertriebsmann, bei dem Andreas Grimm, das Vertriebsleiter hier im Hause, ist auch zuständig dann für die Beratung und so weiter. Wenn das heute bestellt würde, bräuchten wir sechs bis sieben Wochen, bis es dann fertig ist. Das ist wohl so. Aber parallel laufen ja schon die Arbeiten zu Hause. Das heißt, die Baugrube wird gemacht, die Betonfundamentplatte wird gemacht, die Rohrleitungen werden gelegt, die Filteranlage wird installiert. Also es wird schon einiges getan parallel. Dann kommt das Becken auf einen Tieflader zum Kunden, wird in die Baugrube gesetzt, meistens sogar mit dem eigenen Bordkran. Notfalls, wenn es über das Haus muss, kommt halt der Autokran und dann wird das eingesetzt und dann ist so ein Becken wirklich innerhalb von drei Tagen installiert. Und dann kommt der Gärtner halt und macht noch ein bisschen die Randplatten, macht noch ein bisschen das Umfeld wieder fertig und dann ist sowas sehr schnell durch. Liegt irgendeine bestimmte Form oder eine bestimmte Art gerade im Trend? Was kaufen die Leute bei euch gerne? Interessant ist, ja wir sprechen immer so ein bisschen von der Schwimmrinne. Interessant ist, dass die Becken immer schmaler werden sollen und immer länger. Also so nach dem Motto Länge läuft, wie man das aus dem Segelsport kennt, ist es tatsächlich bei Schwimmbädern auch. Man mag eigenartigerweise diese dynamische Form, diese Länge, dieses Moderne im Garten nicht mehr so typisch. Diese klassische 4x8 Form ist zwar auch nicht mehr wegzudenken, logisch, oder 3x6, um es noch ein bisschen kompakter zu machen, aber tatsächlich gibt es immer mehr den Trend oder der Trend dauert schon sehr lange an, dass die Leute wirklich gerne dieses schmale und lang gestreckte mögen. Einfach dieses architektonisch gerade, grafisch gerade, gradlinige ist da sehr gefragt. Auf was muss ich achten, wenn ich mir einen Indoor-Pool zulegen möchte? Ihr habt ja auch eine Indoor-Ausstellung. Muss ich mir da Sorgen machen, dass ich zu viel Luftfeuchtigkeit habe oder dass das Teil vielleicht irgendwann undicht wird? Also fangen wir am schrecklichsten an beim Thema Undichtigkeit. Das ist für uns eigentlich kein Wort. Zum Glück, schnell auf Holz. Nein, Undichtigkeit ist bei uns nicht wirklich das Problem, weil wir haben immer ein Stück Becken. Das heißt, die Becken an sich können nicht undicht werden. Die sind in einem Stück von der Form gezogen. Was sein könnte, ist, dass irgendwelche Rohrleitungen, irgendwelche Technik irgendwann mal Mucken hat dies, aber letztendlich, das ist schnell reparabel. Das ist nie das Problem. Das Thema Feuchtigkeit, Klima ist richtig, muss einfach nur richtig angepackt werden, muss professionell angepackt werden. Wir haben ja hier im Hofquartier, wir sind nicht nur alleine, Riviera-Pool-mäßig, sondern wir haben etliche Mitaussteller und Partnerfirmen. Unter anderem ist ein Partner die Firma Moleros und Moleros sitzt am Bodensee und die machen Klimatechnik. Das heißt also, die machen Entfeuchtung und machen also die passende Klimatechnik für die Schwimmhallen. Und so ein Profi-Betrieb ist unbedingt notwendig, um ein vernünftiges Heimbad-Klima zu kriegen. Dann gibt es hier als Partner die Firma ISO. Die machen also Feuchtraumpaneele, also Bauphysik letztendlich, also sämtliche Baustoffe, die in einer Schwimmhalle verbaut werden. Und die Leute sind seit vielen, vielen Jahren wirklich super professionell unterwegs, beraten die Schwimmbad-Händler und vertreiben halt auch ihr Material. Und es ist unbedingt zwingend notwendig, mit den Leuten vorher zu sprechen, die mit dem Architekten auch zusammen zu bringen. Der Architekt weiß natürlich auch, was man da braucht. Aber da haben wir auch die passenden Partner am Start, die einfach die Materialien produzieren und hier auch beratend tätig sind. Wenn da ein Beratungswunsch ist, wenn es heißt, okay, ich habe da mal gerade was zu planen oder es geht um ein Hallenbad, dann bitte hier ins Hofquartier kommen. Wir können auch einen Termin mit den Herstellern vereinbaren, dafür sind wir hier. Und dann hat man hier wirklich alles im Detail am Start. Magst du mir, kannst du dich erinnern an den verrücktesten Pool, den ihr jemals gebaut habt oder die größte Herausforderung, die es da irgendwie mal gab? Aber es gibt da vieles zu erzählen. Also gut, der Franz Josef Strauß hat damals seinen Pool gekriegt und Boris Becker und solche Leute und auch der Schumi hat seinen Pool, beziehungsweise seinen Riviera-Pool in dem Fall. Das ist natürlich alles ganz prima, hat man immer ganz gerne dabei. Solche Namen, auch Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt schwamm in einem Riviera-Pool, Autoroyal, alles wunderbar. Indoor oder Outdoor? Das ist immer ganz nett. Ne, in Outdoor-Pool war es ein Outdoor-Pool, ja genau, draußen. Ich habe noch ein schönes Foto von ihm, was man leider nicht veröffentlichen darf, aber das ist ganz nett, mit seiner Loki steht er neben dem Pool und das kommt da ganz gut. Nein, interessant sind solche Projekte, die wir gemacht haben, zum Beispiel vor drei Jahren waren wir in Nigeria, haben da für einen ganz interessanten Kunden ein super Projekt gemacht. Wir haben in Indien, vielleicht kennt man das vom Bollywood, dieser Charukan, der hat zum Beispiel einen XL Riviera-Pool bekommen, so ein 5x12-Becken. Das sind so Teile, die man dann halt in den Container packt und die werden dahin geschippert zusammengebaut. Das sind aber so wirklich Exoten, die man zum Glück nicht jeden Tag hat. Wir haben vor zwei Jahren, da war es gerade das Jubiläumsjahr, einen Pool gebaut, der ging an den Mondsee und der ist in Hanglage verbaut worden, das war der größte bis jetzt, den wir gebaut haben. Der war 8x20 Meter. 8 Meter lässt sich nicht mehr fahren, deswegen haben wir diese Liege-Lounge, diese 2x2-Fläche abmontiert und haben sie vor Ort wieder angesetzt, damit man die überhaupt breit transportieren konnte. Das Becken lief über drei Nächte aus dem Werk in Norddeutschland bis an den Mondsee. Ist 20 Meter lang gewesen, in einem Stück muss man dazu sagen, ein richtig tolles Ding, freitragend. Und hatte, und das war eigentlich der Clou an der Sache, über die ganze Längsseite eine 30 Zentimeter hohe Glasborde. Das heißt, ein ganz dickes Acrylglas, damit die Leute schwimmenderweise durch diese Scheibe auf ihren Mondsee gucken können oder auch oben von dem Haus, von der Terrasse, über das Wasser durch die Scheibe auf den See. Also ganz hervorragende Geschichten gehen da. Das sind aber wirklich so Rosinen, die man da mal zwischendrin hat. Wir sind immer sehr froh, wenn es Kunden gibt, die hier durchs Hofquartier laufen, die sagen, Mensch, so ein 4x8 oder 5x10 Becken wäre toll für unseren Garten. Und dann ist es ein paar Wochen später drin und die Leute freuen sich. Okay, danke, lieber Uwe. Ja, ganz gerne. Schön, dass du da bist und vor allem bei diesem tollen Wetter. Es ist natürlich hervorragend. Und an der Stelle laden wir natürlich auch jeden Interessierten herzlich gerne in die Ausstellung ein. Unser Andreas Grimm ist hier zur Verfügung. Der Herr Gierock ist zur Verfügung. Die Frau Tschöp ist zur Verfügung. Wir haben also Leute hier in erster Linie mal den Andreas Grimm, Zertriebsleiter, der jederzeit, das heißt, okay, ein bisschen konkreter, von 10 bis 18 Uhr zur Verfügung steht. Samstags von 10 bis 16 Uhr. Und es kann auch gerne getestet werden. Also von daher herzlich willkommen an der Riviera. Und es kann auch gerne getestet werden. Und es kann auch gerne getestet werden. Also von 10 bis 20 Uhr. Und es kann auch gerne getestet werden.